Der Schiedsrichter hat angefiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schweinsteiger an Ball. Da freut sich der Trainer. Kopfball. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Stab gemacht. Achtung, lässt. Den hat er super gehalten. Das muss man mal klar sagen. Sie sehen, wo er einwirft. Also wenn er weit werfen kann. Ja, tolle Chance. Gut bei ihm. Und der ist gut. Mesut Özil jetzt. Müller. Den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld. Dafür garantiere ich. Mesut Özil jetzt. Ein wunderschönes Zuspiel. Ein sehr schöner Pass. Er steht genau richtig. Genau da, wo der Plattenball hinkommt. Ja, so kann es weitergehen. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Und der kommt genau an. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Sicher in der Ballbahn. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. So sieht ein Pass aus. Nicht so lange den Ball halten, Jungs. Dann findet ihr nie die Bücke. Das sieht gut aus. Klasse Zuspiel. Toll, wie er das macht. Und! Kedira. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Und Achtung, genau hingeschaut. Schöner Pass. Und, und jetzt! Wunderbar herausgespielt. Und, aber er kann den Ball nicht festerl. Tückische Ball, hoppelei. Und er kriegt ihn nicht richtig unter Kontrolle. Ne, der ist ihm klassisch versprungen und dementsprechend komisch sah es dann aus. So, wenn man da nochmal genauer hinschaut, sieht man ganz, ganz deutlich, was ein gutes Deckungsverhalten ausmacht. Marco Reus. Belose. Zweikampf um den Ballbesitz. Schuss auf! Lieber Mann, das war ganz, ganz eng. Kedira. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Der geht neben das Tor. 1 zu 0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackel. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grelche. Ein Versuch der Balleroberung. Jetzt eine gute Flanke. Und das macht er richtig gut. Da freut sich der Trainer. Überraschende, schnelle Pässe. Die müssen es sein. Schade, nicht getroffen. Aber der Pass, der Pass war sensationell. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Hummels. Was für ein cleverer Pass. Die Rumporting. Das ist es. Da wird der Trainer zufrieden sein. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Die Rumporting. Und Eckball gibt es. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Gutes, schnelles Passspiel. Gutes, schnelles Passspiel. Er wird sich ärgern, wenn er das nachher in Ruhe noch mal verfolgen kann. Wir haben es schon so oft erlebt. Vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann. Und es gibt doch keine Niederlagen. Eine Güte. Solch ein Pass sieht man auch nicht alle Tage. Nee. Richtig fein gespielt. Also im Moment ist das hier was fürs Auge. Ball im Seitenhaus. Ein Wurf. Das taktische Konzept ist aufgegangen. Aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Bastian Schweinsteiger. Furchtbarer Pass. Ball im Auf. Bis jetzt war das eine extrem spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Haushalten. Merteserker. Schweinsteiger am Ball. Marco Reus. Das hätte doch keiner ahnen können. Der Riesenaußenseiter liegt in Front. Und es sind ja noch ein paar Minuten, Buschi. Ja Manni, und da kann man mal wieder sehen, was die sogenannten Experten, das trifft manchmal auch auf die Kommentatoren zu, vorher so alles reden. Damit haben wir noch nie und nie mal gerechnet. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da. Der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, schauen wir mal. Da wird ausgewechselt. Ja, das könnte was werden. Damit ist das Endergebnis klar. 1-2.